So, was wollten wir jetzt machen? Irgendwas wollte ich doch jetzt genau, Holz sammeln. Holz sammeln, das war's. Boah, das ganze Wasser läuft hier nicht ab. Da hinten können wir noch Holz sammeln. So, ist mal fleißig gesammelt. Können wir uns wieder ein paar Türen machen. Leider sind die Eichel nicht zum Essen da. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist halt scheiße. So, Glibber. Daraus kommen wir nämlich fleißig. So, jetzt hauen wir doch das da rum. Kommt schon wieder so ein blauer. So, weiter geackert. Das ist das Grundgelegenste, habe ich mir natürlich schon im Tutorial angeguckt, aber wenn ihr noch mehr Tricks wisst oder wisst, wie man auch was machen kann, dann schreibt's mir ruhig in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar. So, der blaue Glibber. So, jetzt hacken wir hier noch die restlichen Bäume ab. Die zwei, die es da noch gibt. Da kommt schon ein blauer Glibber. Gibt's das denn? Spring doch nicht, wenn ich springe. Was mit dir? So, was haben wir da denn? Ach so, Stein ist das alles so. Ich dachte, es kommt was besonderes. So, jetzt werden wir erstmal nach Hause gehen. Dort erstmal ein bisschen Ordnung bringen. Das war da ein bisschen. So, ich weiß noch gar nicht, was wir mit der Kupfermünze machen können. Okay, jetzt habe ich schon mal ein Seil gekriegt. Das ist gut. So, jetzt müssen wir erstmal zwei Türen machen. Dafür brauchen wir hier erstmal ein bisschen Platz. So. So, zwei Türen haben wir. Die eine kommt da oben rein, die andere da hinten. So. Zack, jetzt machen wir die zweite da hin. Genau. So, dann machen wir uns zwei Holzplattformen. Dann können wir die nämlich da hinsetzen. Zack. Perfekt. Und eine hier hin. So. Oh, was ist das denn? Na, ich höre nicht hin. Kann man das einsammeln? Ich möchte das gerne haben. Komm mal, Mist. So, genau. Wir hatten noch einen Ofen. Den können wir noch bauen. Oder? Rüstungsstatue. Brauche ich 100 Steine. Okay. Einen Ofen. Brauche ich drei Fackeln, vier Holz, 20 Steine. Okay, wie habe ich denn? Zehn Steine. Keine Fackeln. Gut, dann brauche ich erstmal Fackeln. Fackeln, so. Jetzt kann ich schon mal ein Lagerfeuer aufmachen. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. So, was brauche ich noch? 20 Steine und vier Holz. Okay, gehen wir nochmal Stein holen. So, ein Sack, ey. Gibt's das? So, Steine haben wir da hinten gehabt. So, jetzt geht's. Ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil ich drücke immer die falschen Tasten. So. Kommt gleich gleich wieder so ein Glibber. Ja, hier kommen wir jetzt. So. Jetzt haben wir drüber erstmal Lugschnellen, 49. Jetzt müssen wir schauen, dass wir genug Glibber haben für Fackeln. Dann können wir nämlich viel mehr Fackeln machen, wenn wir genug Glibber haben. So, jetzt bauen wir uns erstmal das. So, anstatt Dreckblock. Genau, jetzt gehen wir das erstmal da oben hinhauen. So, jetzt hauen wir uns das Ding mal hierher. So. Jetzt können wir nämlich mit dem Ofen Kupferziegel machen. Machen wir uns mal Kupferziegel rein. Grauer Ziegel brauchen wir glaube ich nicht, oder? Machen wir Ziegel. Kann platziert werden. Kupferne Ziegelwand. Aha, aha, aha. Was brauche ich dafür? Kupferziegel. Habe ich da oben. Kann ich denn sie bauen? Dreckwand. Achso, ah, ich stehe am Ofen oder irgendwo anders. Okay. Ein leeres Glas. Ne, Stern der Flasche. Stern in der Flasche. Wie mache ich denn eine leere Flasche? Ich möchte gerne ein, den Stern in der Flasche. Wie mache ich denn die Flasche? Lagerfeuer. Okay, was haben wir hier noch? Ich würde gerne mal eine Flasche machen. Ich weiß nicht, wie man eine Flasche macht. Ich habe keine Ahnung. Brustumstatue brauche ich 100 Steinen. Oh, die werden wir noch machen. Was eigentlich mit dem Goldfisch? Kann man die essen? Verbrauchbar steht 20 Leben wieder her. Er lächelt, vielleicht schmeckt er auch gut. Blümchen, wenn wir uns mal hier reinstellen. Kann man nicht hinstellen. Ich möchte gerne hinstellen. Bauen. Kann man nicht hinstellen, das gibt es ja nicht. Ich möchte gerne. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Komm, ich sehe noch drauf, wie das geht. Oh, das liegt der Ende weg. Schade, ich wollte es gerade schlachten. So, dann gehen wir erstmal 100 Steinen holen. Neun haben wir ja schon. Oh, da kriege ich gleich wieder Besuch. Hau ab. Wir sehen gleich haben wir wieder 100 Steinen zusammen. Da brauchen wir schon 50. Hau ab. So, was haben wir denn da? Kupfer. Aha, okay. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Kupferen nehmen. Hä? Da gibt es noch 50 Steinen. So, wenn wir schon mal die Kupferen nehmen, Blei, ui, jetzt geht es aber richtig los hier. Jetzt finden wir so einiges. Nehmen wir gleich alles mit. Alles was wir finden können, einfach in die Tasche steckt. Was ist das? Stein, ok, normaler Stein. Na, haut der ab oder runter? Ok, der bleibt da. So, den haben wir erledigt. Kurzem Prozess. So, jetzt haben wir 100, 105 sogar schon. Du Drecksack. So, haben wir noch erledigt. Boah, alter, was war das denn? Alter, wo kommt der her? Kommt der nochmal wieder? Das gibt es ja nicht. Das kann nicht sein, ey. Dieser scheiß Wurm. Wir gehen mal lieber. Oh, oh, ich bin gleich hinüber. Gleich bin ich platt. Oh, geh weg doch. Na, jetzt tötet er mich auch noch hier drin. Das gibt es ja nicht. Der kommt echt in meine Bude rein. Bis zum nächsten Mal. Also, wir schauen uns in die Bude, dass du da hinbeizt, dass du da hinbeizt, Vielen Dank.